So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening, und zwar ein Set-Display. Booster-Opening, Lost Carbon of X-Alarn, ein komplettes Set-Display, ein in zwölf Boostern included, a Jurassic World Card. Wir haben... 30 drin. Damit kriegen wir mindestens drei Jurassic World Cards. Das ist nice. Wie ihr gehört, ich bin noch ein bisschen angeschlagen von Prag, vom Eternal Weekend. Es war großartig. Video dazu folgt auch noch. Und wie immer bei diesen Boostern, bei diesen Videos, bei diesen ganzen Displays, wurde mir dieses hier zur Verfügung gestellt, vom guten LipLab. Vielen, 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 vielen Dank an dich. Ich habe natürlich eine Schere vergessen. Der gute LipLab hat Instagram und CardMarket. Dort könnt ihr mal vorbeischauen. Bis das Video online ist, sind wahrscheinlich Karten, die ich hier gleich öffne, dort bei ihm auf CardMarket. Denn ich schicke ihm das Display einfach wieder zurück. Ich darf es für ihn öffnen. Das ist schon mal für mich großartig, weil da muss ich es nicht kaufen. Und ich kann es mir sowieso nicht ganz leisten, immer so ein ganzes Display zu nehmen. Deshalb vielen, 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 vielen Dank an dich. Und ihr guckt bitte bei ihm vorbei. Ich weiß, in letzter Zeit sage ich das öfter und es passiert wahrscheinlich mal weniger. Deshalb machen wir jetzt gefühlt die Minute Pause, dass ihr mal kurz auf Instagram schauen könnt, oder auf CardMarket, um zu gucken, was der gute Fabian im Angebot hat. Wenn ihr nicht auf dem Weg dorthin seid, könnt ihr auch auf dem Weg sein zu Patron. Patron-Unterstützung hilft mir auch immens. Hilft mir ganz, ganz viel, wenn es darum geht, irgendwie weiterzukommen mit meiner Produktion, mit meinem Equipment, mit meinem Lifestyle, den ich mit euch teile, mit Magic und allem möglichen an Karten spielen. Ich mache ja nicht nur Magic, ich mache auch ein paar andere Karten spiele. Aber ja, das hilft dementsprechend. Guckt mal, ob ihr da nicht Bock drauf habt. Aktuell läuft auch noch für die Patron, die dieses Jahr im Dezember dabei sind, so ein kleiner Weihnachtskalender. Jeder kriegt einen Booster. Dementsprechend vielen, vielen Dank nochmal an euch. Und wenn ihr nächstes Jahr mit auf meiner Fahrt dabei sein wollt und mich unterstützen wollt, wie gesagt, schaut mal rein. Vielleicht ist Patron ja tatsächlich was über euch. Ich habe auch 3 Euro, 7 Euro, 50 Euro, 15 Euro und so weiter und so fort. Und wenn ihr ein Unternehmen habt, könnt ihr sogar von Steuern absetzen, glaube ich, weil es ist Spender an mich, oder nicht? Keine Ahnung. Fragt euren Steuerberater, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Finanzen, Geld und Steuern. Ich habe Ahnung von Boostern. Ich hatte keine Ahnung, dass hier Boxtopper drum sind. Gucken wir mal den Boxtop an und das ist ja auch cool. Es ist halt wieder sehr realistisch gehalten, aber es ist ganz cool. Und ja, what's inside? Das letzte Mal Setbooster tatsächlich. Das ist mir neulich mit dem Opening mit Robin aufgefallen. Wenn ihr das nicht geguckt habt, Radio Raffnika öffnet. Wir haben ein cooles Display aufgemacht, äh, nicht Displaypark, coole Booster aufgemacht und richtig krass gezogen. Ich hoffe, hier ziehen wir mindestens genauso gut raus. Und unsere Box dabei ist Wedding Ring. Kommt mir bekannt vor. Wedding Ring, ist das nicht so ein Crimson Vauding? Ich meine, es wäre so ein Crimson Vauding mit Token und der Gegner kriegt ein Artefakt, das Wedding Ring heißt. Und wenn er eine Karte zieht, zieht ihr eine Karte und andersrum und bla. Ja. Gibt's cool. Wedding Ring, hier wäre echt hübsch. Ich lege die Setbooster mal beiseite. Ähm, wie immer bei diesen Booster-Openings, ich gehe nicht so hart auf die einzelnen Karten ein. Ich werde so ein bisschen durchscrollen, wenn ich was cooles, wie zum Beispiel, oh, dieser Sumpf. Diesen Sumpf sehe, dann werde ich ein bisschen durchgehen oder wenn ich irgendwie eine Karte sehe, die besonders cool ist. Kampzen an, Kampzen, gehe ich ein bisschen noch drauf ein. Wir haben so ein Ding. Und The Ancient One, sehr, sehr coole Mill-Gottheit mit 2x8, 8x8. Die ist in 8, heißt, wenn 8 oder mehr Pendamente im Friedhof sind, äh, ist, kann man mit dem Angrafen oder blocken. Und nur dann, oder halt, mehr. Und für 4-Matter kann man eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Und, ähm, The Ancient Mild in Höhe der Mana-Value. Sau cooler Commander. Wirklich cooler Commander. Und unsere Rare, nichts. Genau. Ähm, wie ihr schon seht, wie ihr das kennt, äh, ich mach da keinen Hill mehr draus, dass ich da einfach mal nur noch Booster aufmache, Spaß habe und, äh, euch hauptsächlich Rares und Mythics zeige. Manchmal auch Karten von der Liste. Oder wenn ich, wie gesagt, irgendwas sehr cooles finde. Und Deadweight, auch eine sehr, sehr coole Reprint tatsächlich. Wurde ganz viel gespielt mit, äh, Lurus. Tim Gooden, fiesen. Dann haben wir die Magmatic Gallon für 5 Mana, 5,5. Wenn sie ins Spielfeld kommt, fühlst sie 5 Schaden an jedem Gegner. Eine Kreatur, die geht, der kontrolliert. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen sterben, äh, ne, Axis Combat Damage machen, kriegen wir einen Treasure. Okay. Mit denen. Und wir haben, uh, Rootwater Depths. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich mag ja Karten von der Liste. Bin immer noch ein sehr großer Fan von der Liste. Und, äh, dementsprechend, äh, ja. Liste Karten, beste Karten. So, was haben wir sonst noch? Uh, ich hab den Cave in Foil. Ich wusste gar nicht, dass die vorne auch schon ein Foil drin haben können. Dementsprechend haben wir ja theoretisch, oh, ich dachte gerade, das wäre diese, diese ganz teure neue Karte. Aber das ist sie nicht. Die andere ist Rare. Und, Wale of the Forgotten. Zwei Mana, die sind 8. Äh, wir bringen eine Nicht-Land-Permanente auf die Hand. Der Gegner wirft zwei, äh, wirft eine Karte ab. Oder wir gucken die obersten drei Karten das Deck an, nehmen eine auf die Hand, der Rest in den Friedhof. Wenn wir 8 haben, können wir, ähm, eine oder mehr bestimmen, statt nur eine. Das ist cool. Dann Confusing Riddle. Riddle, riddle, riddle. Und eine Flipkarte. Die gibt's ja auch noch. Stimmt, die Karten sind ja teilweise noch doppelseitig. Äh, what's he? Okay, hier habt ihr einen QR-Code, den ihr mal scannen könnt. Das ist ganz witzig. Ich hoffe, man kann es durch die, äh, Kamera, äh, QR-Coden, weil das ist sehr, sehr witzig. Dann haben wir Metal-Genome. Wir haben, uh, uh, der ist ja hübsch. Er ist wirklich hübsch. Dann haben wir ein Senental of the Nameless City. 3 Mana, 3, 4, was im Kite? Wenn ihr ins Spielfeld kommt oder angreift, kriegen wir einen Map-Token. Mehr Erfolg. Dann haben wir ein Ashering-Deeps in Foil. Uh, hübsch. Richtig hübsch in diesem Artwork. Rare Foil Cave. Sehr, sehr gute Karte. Und Map-Token. Ich lass es mal als QR-Code da oben rumschwirren. So. Dann. Gehen wir weiter. Ich bin von Lost Cavs of X-Alan sehr begeistert worden. Ähm, ich find, es ist ein, äh, sehr, sehr cooles, äh, Set. Es hat sehr viele coole Karten, wie zum Beispiel Legendary Fungus, der sehr cool ist. Es hat doppelseitige Karten. Es hat Spitting Dinosaurs. 3 Mana, 3, 2, wenn der Spielfeld kommt oder angreift, legen wir eine Plus 1, 1 Mark auf eine Kreatur. Gegnerische Kreatur mit einer Plus 1, 1 Mark, Minus 1, Minus 1, 1 Mark, könnte ich blocken. Starke Karte. Richtig starke Karte. Krass. Dann haben wir Boneholder Draconeer. Das ist so broken. 5 Mana, 5, 5. Erstschlag fliegend. Und, ähm, während des Upkeep's exilen wir die obersten 2 Karten des Decks. Wir können eine Karte, äh, spielen. Ne, beide sogar. Und, ähm, wenn wir ein Land exiled haben, kriegen wir einen 3, 1 Dinosaur Token. Und wenn wir nicht Land haben, kriegen wir noch einen Treasure. Nach oben drauf, so. What the freaking fuck. Und noch einen Vanishing Paladin. Aus Original X-Alan. Ja, geil. Also das, das hat sich gelohnt. Das war ein gutes Booster. Gute Booster haben wir gerne. Ähm, ja. Ja, ich muss sagen, ich freu mich auf die Playbooster. Bin gespannt, was wir da haben. Ähm, discover the coolest cards. Visit Lost Currents. Ähm, aber ich muss sagen, vom Prinzip her war es ja schon klar, dass sie gehen. Wir haben Orich Steadaline. Das macht Rodes Mana. Wir können das kombinieren. Und dann macht es, äh, eine exilte Karte Cast. Net Random. Hm, stark. Und hit the Motherload. Gut, äh, sieben Mana mit Discover 10. Und, äh, wenn wir mit 10 oder weniger was Discovern, also die Differenz, äh, kriegen wir Treasure Token. Das ist die, tatsächlich die Top-Karte in den, ähm, in dem Bundle. Die kriegt ihr auf jeden Fall in dem Bundle, in einem Special Artwork. Dementsprechend, äh, ja. Könnt ihr da auch mal reinschauen. Äh, Bundle hab ich auch aufgemacht. Bundle hab ich auch aufgemacht. Bundle hab ich auch von guten Lip-Lub aufgemacht. Video sollte da oben irgendwo auftauchen. Dann haben wir den Depps. Ganz cool. Ein paar Dinosaurs. Dinosaurs! Großartig. Fledermäuse. Fledermäuse! Sehr gut. Twisted Turns. Oh, ich dachte gerade, wir hatten das dieses Toll-Rate-Fakt. Ähm, aber mit dem kann man, äh, das transformieren zu einem Land. Und man macht X-Mana, wo X die einzelnen Paläten in der All-Friedhöfen sind. Und wie gesagt, ähm, The Great Door kann man transformieren. Ganz gut. Und wir haben eine Rare Mythic. Voll. Vier Mana, vier, drei fliegend. Äh, wenn wir mit Insta oder Sorcery in der Hand spielen, kriegt's Rebound. Und wenn er stirbt, bringen wir ihn getappt, äh, andersrum, ins Spiel zurück. Ähm, tappen, wir removen den Zeit-Counter von dem und kriegen dann ein blaues Mana. Und für drei Mana transportieren wir den und legen den Zeit-Counter drauf. Geil. Geil. Und ein, oh, Junge. Pouncing Jaguar. Das war ein geiles Booster. Davon hätte ich gerne mehr. Also generell ist, ähm, in Lost Carbon und X-Alan nicht der krasseste Shit an, äh, Value drin. Aber es sind ein paar Karten, die echt Value haben. Die Götter sind ganz cool. Und, ähm, es gibt halt so, hier, geiler Commander und richtig coole Sachen. Und, äh, sogar Full Arts. Was? Uh, uh, der ist stark. Terence Soul Cleaver hat kaum einen auf dem Schirm, werd ich noch, äh, vom guten Lip Lab kaufen. Ähm, den, den werdet ihr nicht online sehen. Ein Mana-Artefakt, äquipte Kreatur hat Wachsamkeit. Und wenn eine andere Artefakt oder Kreatur von irgendwer, der auf den Friedhof gelegt wird, kriegt die Kreatur. Nur eine Plus 1-1-Marke, richtig brokenes Teil, richtig brokenes Teil. Das in Affinity oder mit Oji-Teil oder sonst was, richtig brokenes Teil. Absolut brokene Karte. Ich lege mir die raus. Oh mein Gott, die will ich haben. Da. Wahnsinn. So, weiter geht's. Bisher haben wir nicht so viele von diesen Full Art Ländern am Anfang gesehen, was ich sehr schade finde. Weil die finde ich richtig hübsch. Man kriegt halt irgendwie immer nur diese Kamen, uh, Abreid ist hier drin. Ähm, ja, der El Presidento, Bitter Triumph, auch eine sehr gute Karte. Füße ich auch mal mit. Ähm, tap, tap, tap. Und ui, Emalia, damit der kann man eine Kombo machen. Summer 2-2, Ward, Pay 3-Life. Und immer wenn wir Leben kriegen, exploren wir und dann zerstören wir alle Kreaturen, wenn ihre Power 20 ist. Das Starke an ihr ist einfach, man kann hingehen und sagen, hey, mit der grünen Kreatur, immer wenn wir leben kriegen, exploren, äh, immer wenn wir exploren kriegen, wir leben, haben wir halt ein Infinite-Kombo. Und das sorgt halt für ein Easy-Win. Easy-Win, Easy-Life. Ha. So, Booster. Da sind sie. So was. Das ist übrigens ein schlechtes Beispiel, weil der Sumpf echt schwierig als Sumpf zu erkennen ist. Aber davon hätte ich gerne noch ein paar mehr. Vor allem mit Foil. Thorn of the Grim Captain, die schlechteste Karte im Set, meiner Meinung nach. Weil man dafür einen Pirate, einen Mehrvolk, einen Vampir und einen Dinosaur braucht. Richtig schlechte Karte. Müllbooster. Ich versuche mal ein bisschen abzuspeeden. Wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte und haben schon über zwölf Minuten rum. Ähm, das ist schon, schon krass. Das ist noch ein Forest. Uh. More Pirates und rote Karten. Sehr cool. Mehrvolk-Scout. Und der da. Und Bloodletter of Axelom. Vier Manna, zwei, vier fliegen immer. Ne. Wenn der Gegner während eures Lebens Leben verlieren würde, verliert er doppelt so viel Leben. Stark. Das ist stark. Es sind so viele starke Karten in diesem Set. Und der Value liegt halt eigentlich nur bei, keine Ahnung, diesen komischen Freunden, die man finden kann. Und, äh, Come on of Souls. Es ist halt wirklich ein bisschen, ein bisschen schade. Übrigens auch sehr, sehr gut. Ähm, Dire Flail. Plus zwei, plus null. Und wenn sie flippt, ist es plus drei, plus null. Und muss sie opfern. Das ist auch nicht so der Karte. Und, ui. Dwarven Grunt. Einmal eine 1, 1. Mountain Walk. Auch das eine sehr, sehr gute Karte. So. Weiter geht's. Planes. Die sind so wunderschön. Die sind wirklich, wirklich wunderschön. dementsprechend. Oh, Eichhörigen Depths. Die Karte hatten wir gerade eben in, äh, Extended, beziehungsweise in Full Art, Extended Art, Foil, Alternate Art, was auch immer. Und damit kann man halt Länder aus Friedhöfen kopieren, was sehr, sehr cool ist. Mein Traum ist immer noch so, Wasteland dich, spiel Eichhörigen Depths, nimm deine Ursachssage, die ich gerade gewastelandet habe und bekomme eine Ursachssage. Ich glaube, das wäre so einer der Traummoves, die man machen kann. Ähm, zieh da drei Karten, wirft deine Karte ab. Schade, ich dachte gerade. Hui, der ist ja stark. Einmal gibt Plus Eins zu Eins und hat Dreimannertappen, Opfern. Das ist ein Faktor in Charmant. Pauper-Karten sind auch so strong. Generell ist Pauper ja auch so ein krasses Format geworden. Äh, Confluence, wir suchen uns drei aus. Wir können den selben Modus mehr als einmal machen. Wir durchsuchen unser Deck nach einem Cave. Übrigens getappten Spiel legen eine, äh, 3 Plus Eins zu Eins Bank auf eine Cave. Ja, man braucht auch solche Karten. Da muss man einfach auch mal ehrlich sein. Mehr Dreadmonds. Übrigens, magicstreetleer.com. Ich habe keine Ahnung, ob das magicstreetleer.com ist oder nicht. Äh, wir werden es herausfinden noch in diesem Video. Das ist der, Cavemaw. Ach, der coole Commander. Und Rentless Arc. Oh, ist das hübsch. Oh, ist das hübsch. Kommt getappten Spiel, tappen für ein weißes oder blaues. Für drei-Manner-Bilds zum Ende ist es ein 2-3-blau-weißer Bird verfliegend. Und immer in der Angreif kriegen wir einen Map-Token. Eigentlich besser wie Colonnade, meiner Meinung nach. Colonnade war schon im Standard sehr, sehr stark. Eigentlich ist die besser als Colonnade. Preacher of the Schism, 3-Manner-2-4-Death-Touch. Äh, wenn er angreift, wenn wir mehr oder gleich viel Leben haben, legen wir einen 1-1 Vampir. Days is tight with the most. Steht übrigens nicht im Deutschen da, was echt mies ist. Ähm, und wenn, wenn angreift, wenn man die meisten Leben oder tight auf die meisten Leben hat, zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Explorers Cash. Wie gesagt, das ist übel, dass das nicht im Deutschen dasteht. Ähm, hat im Pre-Release, wo ich bei Empty mit Patrick war und seine Patrons judgen durfte, ähm, dafür gesorgt, dass ich irgendwie ein bisschen Hate abbekommen hab, weil das halt nicht auf der deutschen Karte draufsteht, nur auf der englischen. Und ja, das war dann ein bisschen doof. Thetting Blade ist eine der teuersten Karten hier drin. Ist, glaub ich, auch eine Common. Es ist eine Common, wahrscheinlich für Pauper. Und wenn zum Spielfeld kommt, muss jeder geht eine Kreatur abfahren und man kann es für fünf Mana mit einer Kreatur zusammencraften aus dem Friedhof. Dann hat man ein Artefakt, was du beginnend abgibst und jeder dein Leben verliert, erst mal kriegt dein Leben. Richtig teures Teil, also teures Teil für Pauper-Karten. Ich glaub, 30 Cent, 40 Cent. Rent is Prairie. Kommt getappt rein, tappt in grün-weiß und wird zum Lama. 3-3 Lama. Und wenn es angreift, kriegen alle angreifenden Kreaturen bis 1 zu 1. Sehr stark. Und, uh, Fallen Ideal. Wer es nicht weiß, Fallen Angel ist eine meiner absoluten Lieblingskarten. Ich hab ein Komplett-Set Fallen Angel-Karten aus jedem Set in voll, wenn es in voll gibt. Und das bedeutet auch 7. und 8. Edition in voll. Und Fallen Ideal ist die Krone des Fallen Angels. Und damit ein absoluter Traum für mich. So eine schöne Karte. Ich sag dazu nicht viel. Ich liebe Fallen Angel einfach. Äh, Petrify. Zwei Mana ist halt auch so broken eigentlich. Market Gnome. Rent is Vance. Kommt getappt ins Spiel für Rot-Schwarz. Und wir zum 2-3 mit Menace. Und wenn er angreift, können wir eine Karte abwerfen. Was tun wir, ist es für eine Karte? Weil diese Länder sind nicht so viel wert. Aber man sieht sie ohne Ende. Was ich ein bisschen schade finde. Es sind die neuen Tempel meiner Meinung nach. Das 2-3 Land, also das Blau-Weiß-Land. Wenn es vorher gewesen wäre, hätte ich es sogar abgenommen, glaube ich. Aber so leider nicht. Mehr Dinosaurs. Und zwar einmal einen grünen, weißen, roten und blauen Dinosaur. Und danach einen Hund. Ein Gameball. Der ist auch ganz cool. Saheli. Oh mein Gott. Willkommen bei Tishanas Tidebinder. 3 Mana, 3-2 Flash, Mehrfolg-Wizards. Mit einem der geilsten Artworks und eine geile Karte. Wenn er ins Spielfeld kommt, countern wir eine triggered oder aktivierte Ability. Und solange der Entspieler Kreatur, ein Planeswalker, ein Artefakt. Wenn auf diese Weise ein Artefakt, ein Kreatur oder ein Planeswalker countert wird, so ist es richtig. Verliert er alle anderen Fähigkeiten. Ne, alle Fähigkeiten, solange wie der drin ist. Der Gegner plusst seinen Planeswalker. Zack, macht er nie wieder. Der Gegner aktiviert seinen Primeval Titan. Zack, macht er nie wieder. Der Gegner geht hin und löst durch irgendwas seine Amulette von Vigo aus. Zack, kein Amulett mehr hat einen Effekt. Kein einziges. Er nie geht alle davon. Ach, es ist so gut. Es ist so gut. Auch richtig Asche. Deepfath, Echo, ja, 4 Mana, 4, 4. Und man kann es zu einer Kopie werden lassen. Noch eine Torch. Bam. Also von den Mehrfolks, da habe ich leider drauf geschlafen. Die habe ich, ich war am überlegen, ob ich mir vier Stück hole. Einfach nur für den Fall, dass sie cool sind. Habe es leider nicht getan. Mittlerweile sind die halt echt teuer geworden. Ähm, ja, passiert, passiert. Der gute Geological Appraiser, 4 Mana, 3, 2 mit Discover 3. Das ist ein Combo-Piece für das Pioneer-Deck. Guardian of the Great Door, 2 Mana, 4, 4 fliegend. Geiler Engel für Dothen Texas. Und Dauntless Dismember, 2 Mana, 1, 4. Artefakte, die ihr kontrolliert, kommt getappt rein. Und für 3 Mana kann man das Ding tappen, opfern, um die Artefakte zu sterben. Die, das denke ich mir. Raspin Shadows. Gut. Kelan, auch der wird sehr, sehr viel gespielt. 2 Mana, 2, 3. Wenn er angreift, decken wir die obersten Karten des Decks vor. Wir können Kreaturen mit Mana Value 3 oder weniger davon auf die Hand nehmen. Ansonsten legen wir sie in den Friedhof. Und wir kreieren Map Talk mit ihm. Sehr, sehr gute Karte. Wirklich gute Karte. Auch im Humans, im Grün-Weiß-Humans, Fork, Fork-Color-Humans. Man hat kaum Humans, die mehr als 3 Mana kosten. Eigentlich keine. Und, ja, richtig gut. Oh, wir haben immer noch, krass, es gibt immer noch Minigames. Minigames. Strictly Better. Ist ein Minigame, das habe ich schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren jetzt euch gezeigt. Und ich habe sehr gerne Minigames gemacht, aber irgendwie war nicht beliebt. Ich habe noch eine Planes. Abuello. Das heißt übrigens Opa anscheinend. Abuella ist die Oma. Ancestral Echo. Wurde mir beigebracht, ich habe keine Ahnung. 3 Mana 2, 2 fliegen Ward. Für 3 Mana exilen wir eine andere Kreatur und andere Fakt und bringen sie wieder ins Spiel. Sehr coole Karte. So langsam wäre noch mal eine Dinosaur-Karte drin, oder? Oder ein Hitter. Wir sind bei einem Drittel der Box. Bei 20 Minuten. Ich bin nicht der Schnellste. Mehr Dinosaurs. Schon wieder diese Dinosaurs. Aber das wisst ihr ja, dass ich da nicht der Schnellste bin, wenn es um ein ganzes Display geht. Der ist, glaube ich, die Promo für das Ding. Abuello's Awakening. 4 Mana und X. Wir bringen X Artefakt oder Aura ins Spiel, wobei X ... Nee. Wir bringen eine zurück und legen dann X-Posanz 1 Mal auf eine Kreatur. Hm. Und, uh, wir haben noch eine Rare und Voll. 3 Mana 1, 5 zu Beginn jedes Endsteps. Muss der jeden ein Artefakt. Wenn ein Artefakt ins Spiel gekommen ist, können wir die ersten zwei Karten angucken. Können einen auf die Hand nehmen, der Rest geht runter. Human Advisor. Leider kein Pirate. First Among Equals. Sehr cool. Und, wiii, 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 wiii. Rare. Voll Rare. Und eine gute Karte tatsächlich. Wird sehr, sehr viel gespielt in jeder Art von Enchantment-Decks. Als Commander. 3 Mana 1, äh, 2 Mana 1, 2 Legendary Enchantment-Creature-Nympfe. Und immer wenn ein Artefakt, äh, eine Enchantment-Cast, ein Krimier-Lebens-Zene-Karte. Sehr guter Commander. Wirklich guter Commander. Und, äh, ja. Kann ich empfehlen. Das hab ich schon gegen gespielt. Ist sehr stark. Cave. Mountain. Hier. Geiles Teil. Hier sehen wir Mountain mit Dinosaurs. Und auf der Rückseite hatten wir, äh, einen, äh, einen Vulkan-Ausbruch. Und der T-Rex. Junge. Richtig geil. Richtig geile Mountain. Und vor allem hier noch. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Trumpeting-Karn, Karn, Karn, Karn-O-Sau-Ros. Mit 6 Mana 7, 6. Wenn das Spiel bekommt, ist Cover 5. Das ist diese Combo-Karte. Krass. Alles, was wir wollen, bekommen. In einem Booster. Ich leg den auch mal wieder hin. Ich guck mal nach, was der kostet. Vielleicht nehm ich den. Vielleicht. Vielleicht nehm ich den. Einfach nur zum, 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 zum Haben. Und haben es besser, als brauchen wir. Weil Hurl into History. Earthshaker Dreadmoor. 6 Mana 6, 6. Trampel, wenn ihr Spiel bekommt, zieht eine Karte für jeden Dinosaurier. Ja. Dreadmoor. Uh, Gishar. Sons Avatar. In einem alten Darkwork. Sehr hübsch. Wirklich hübsch. Ähm, 8 Mana 7, 6. Fliegend. Wachsamkeit. Trampel Eile. Kein fliegend. Und wenn er rein, äh, Spielerschaden zufügt, revieren wir so viele Karten vom Deck und können eine bliebige Anzahl an Dinosaurs-Karten davon ins Spielfeld bringen. Sehr gut. Und Kutzels Flanker. Auch nicht so eine günstige Karte. 3 Mana 3, 1 Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt, legen wir eine Plus 1, 2, 1 Mark auf jede Kreatur. Ne, für jede Kreatur, die ein Zuge des Spiels verlassen hat. Wir scryen 2 und kriegen 2 Leben. Oder wir exilen einen Friedhof von dem Spieler. Das ist gut. Das war, das war auch wieder ein gutes Booster. Set Booster. Ich sag's immer wieder, Set Booster lohnen sich. Ohne Ende. Set Booster sind großartig. Planes. Swishing Whip. Das ist Cover 10. Krass. Stay Crew, äh, Staunch Crewmate. Der Dinosaur. Abuelo, den hatten wir schon. Kylseal. Dramna 2, 3 Human. Spannend. Fliegen Ward 1, wenn er ins Spielfeld kommt, dürfen wir vor jedem Gegner eine Artefakt oder eine Kreatur wählen. Und solange der ins Spielfeld kommt, ist das permanent ein Artefakt mit Tappen. Man macht mal die Farbe und man lost alle Abilities. Und ein Kutzel in Voll. Don't get me tempted. Dramna 3, 3. Gegner, du kannst in eurem Zug keine Karten mehr casten. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen mit größerer Stärke, die in ihrer Basepower angreifen, tief in die Karte ziehen. Ah, das ist so gut. Uh, das ist so gut. Das ist eine gute Karte. Das ist eine wirklich gute Karte. Und Wall of Omens. Ein sehr cooler Blink-Effekt für den Abuelo, wenn ihr zum Beispiel einen Commander spielen wollt. Uh. Sechs Booster noch. Gucken, ob ich das hinkriege. Und hier haben wir eine Unterschrift. Das ist unsere erste Unterschrift tatsächlich. Das heißt, die haben es ein bisschen seltener wieder gemacht, habe ich zumindest das Gefühl. Was ich gut finde, weil die Unterschriften waren, teilweise habe ich die auch verkauft. Teilweise wollten Leute diese kaufen und sammeln. Oh yeah. Axe 0, Deepest Might, 4x4, 4 Trampel. Wenn eine Red Source, also eine rote Quelle, nicht Kampfschaden zufügt, mit weniger Sachen als er Power hat, macht er gleich der Power. Das heißt, wenn ihr einen Schock macht für 2 Damage, macht ihr stattdessen 4 Damage. Und wenn er stirbt, bringen wir den umgedreht wieder rein. Und dann ist er ein Temple of Power, der tappt für Rot oder für Dreimann wieder zurück transformiert. Sehr gut. Und Hit the Motherload. Noch eine Foil Rare. Und auch schon wieder keine Krasse. Boah. Jetzt noch eine Carven. Carven of Souls. Eine noch. Und da ist die nächste Unterschrift. Vielleicht hätte ich es einfach nicht erwähnen sollen. Wow, so viele grüne Karten. Das ist ja übel. Ido. Die Abroad Pilgrim. Auch die wird in vielen Mehrfolks jetzt aktuell gespielt. Sehr gute Karte. Für 2 Mana, immer wenn ein oder mehr Mehrfolks getappt werden, kriegen wir einen Blue Mehrfolks mit Hexproof. Subscribe. Aber es ist noch nicht der Heavy-Hitter. Es ist noch nicht der Heavy-Hitter. Und wir haben auch noch keinen hinten in der, hier drin gehabt. Oh, Hexproof. Mehrfolks. Ähm, der, äh, uns besuchen kommt. So ein Besuch wäre auch noch cool. Tatsächlich. Sunbird. Hier ist nochmal der Geologe. Frist of the Blessed. 3-man-a-2-2. Immer wenn er angreift, können wir einen, einen angreifenden Vampir wählen, der kein Dämon ist. Er wird Dämon als zusätzlicher Typ. Und immer wenn, äh, diese Kreatur stirbt, kriegen wir einen 3-2-Dämon-Vampire-Token. Das ist der Coman aus dem Vampire-Deck. Das Vampire-Deck ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe das Vampire-Deck. Ich würd's so gern öffnen. Ich hab's leider nicht. Ich hab nur das Dinosaur-Deck. Das kommt die Tage. Aber das ist eine richtig, richtig geile Karte. Richtig gut. Malcolm Sunral, 200-2-1-Flash fliegend. Wenn er im Spielschaden zu fliegt, legen wir einen Chorus-Counter drauf. Und dann ziehen wir eine Karte, werfen Karten ab. Wenn vier Chorus-Counter drauf sind, dürfen wir die Karte Karten, die wir abgeworfen haben. Stark. Sehr, 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 sehr stark. Das Vampire-Deck würd ich euch echt gern noch zeigen, weil das ist echt cool. Da hätt ich auch eine Menge noch zu sagen zu. Vielleicht krieg ich's noch irgendwie die Tage irgendwann mal unter. Dann haben wir noch ein Winchester-Draft. Den hab ich euch auch schon gezeigt. Scout. Oh, kommt schon. Charter-Course. Subtraction. Katsul. Schon wieder, wie gesagt. Super, super, coole Karte. Okay. Tyrus-Journal. Zwei-Männer. Legendäres Artefakt. Tappen. Wir opfern Artefakt. Zieh eine Karte oder eine Kreatur. Für Zwei-Männer werfen wir unsere Hand ab und transformieren das Ding. Wenn das Ding transformiert ist, ist es ein Land. Und tappen. Wir können Kreaturenkarte, die aus dem Friedhof casten. Wenn wir das tun, kriegst du einen Finality-Counter und ist ein Vampir. Oh, das ist stark. Oh, das ist stark. Das ist richtig stark. Das ist gut. Gerade im Late-Game, wenn man eh keine Hand mehr hat, das Spielen, Drehen und anfangen aus dem Friedhof zu casten, das ist gut. Das ist gut. Island. Katsul. Wie gesagt, Kutzl. Kutzl ist der Wahnsinn. Poetik, Incandionär. Okay, was auch immer. Drei-Manner-Enchantment. Wenn wir eine oder mehr Dinosaurs angreifen, kriegen wir einen Treasure-Token. Und wenn wir in alle Faktspelle casten, kriegen wir Dinosaurs. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, letztes Booster. Carbon of Souls. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Ich hab so Bock auf einen Carbon of Souls. Ich hab so Bock auf einen Carbon of Souls. Island. Out of Air. Greedy Freeboot. Das ist übrigens eine lustige Karte. Guardian for Great. Noch ein Dauntlesses Mäntler, nehme ich auch mit. Pink Hand. Ah, Braided Nest. Äh, Braided Net. Drei-Manner. Wenn das Spielfeld kommt, legen wir drei Netz-Counter drauf. Wir removen den Netz-Counter und tappen andere. Nicht-Land-Permanente. Können wir nur machen, solange Marken drauf sind. Und für 400 Tappen, äh, kriegen wir ein Artefakt. Äh, ziehen wir eine Karte für jedes Artefakt. Hm. Und dann haben wir es für einen Old-Tech Archäologist. Das war's. Krass. Super, super krasses Display, meiner Meinung nach. Mit sehr vielen coolen Mid-Range-Karten. Nicht die krassen Heavy-Hittern, dafür den Bulk. Dafür aber, wie ich gesagt, ganz wenig Bulk. Und so coole Mid-Range-Karten. Wirklich, wir haben coole Mid-Range-Karten bekommen. Ähm, vom Value her. Ist ein cooles Display gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ich es öffnen durfte. Und, äh, ja. Wie gesagt, wenn ihr was davon haben wollt, außer das hier, das, das, das kaufe ich schon. Ähm, in der Videobeschreibung findet ihr alles zu dem guten Lippler. Wir sehen uns. Bis dahin. All Black State. Bevor ihr auffliegt, Daumen nach oben. Abonnieren und so. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.